Yo Leute, zurück bei Alien vs. Predator. Und ich hab immer noch keinen Plan, was ich machen muss. Ich hätt vielleicht mal nachgucken können. Aber ich hab mir gedacht, wisst ihr was? Wir regeln das einfach auf die Predator Art. Und laufen gegen die Wand. Genau, so sieht's aus. Nein, aber es muss doch einen Sinn haben, dass man hier hinkommt. Oder dass es hier so einen Weg gibt. Kann man hier vielleicht irgendwo... Ach komm, hau ab jetzt. Ich könnte jetzt auch versuchen, den ganzen Part über die scheiß Aliens zu töten. Aber ich befürchte, die spawnen die ganze Zeit. Hau ab. Wie musste ich das denn machen? Ich weiß es echt nicht mehr. Komme ich hier rauf? Nein. Dann holen wir uns noch hier den. Gucken wir einfach mal. Ich meine, im Grunde ist es ja so, wir könnten auch hingehen und jetzt die Aliens alle platt machen. Aber bringt das dann wirklich was? Das ist die Frage, die uns alle bewegt. Tschüss, Junge. Ah, eine Spalte. Oder muss ich vielleicht tatsächlich hier reinschießen? Okay, das bringt es jetzt nicht so. Ah, guck an. Ach komm. Ich habe einen Alien getroffen gerade sogar noch. Hammer. Da ist irgendwo einer. Hau ab, du stinkst. Wieso können die durch Feuer gehen? Voll Hammer. Die kriechen ja dann, wenn man denen den Arm oder so abhackt. Hat jetzt aber nicht wo wirklich viel gebracht, oder? Hier ist immer noch Feuer. Mann, ihr stinkt. Haut ab. Ich kann ja auch mal auf die schießen. Das bringt gar nichts. Was soll die Scheiße? Okay, den Hammer. Zerstören Sie die Rohre, um die Flammen zu lösen. Ah, jetzt habe ich es erfüllt. Okay, ist ja doof. Der ist einfach verschwunden. Komm her. Säure macht mir gar nichts. Ich bin der Predator. Okay, hier haben wir noch eine Trophy. Diese Räume mag ich nicht. Hier wachsen Alien-Eier. Okay, Mission abgeschlossen. Ja gut, ich würde sagen, wir spielen natürlich noch weiter. Problem ist, ich habe fast keinen Speicher mehr. Es reicht noch für diesen Part. Es würde auch noch reichen für den zweiten oder dritten. Aber ich habe gerne noch ein bisschen extra Speicher. Deswegen, ja, gucken wir mal. Aber die Folge geht natürlich normal 15 Minuten. Vielleicht auch ein bisschen länger, weil ich habe vergessen, den Timer einzuschalten. Jetzt lad nicht so lang. Okay. Wir sind bei den Tempeln. Die großen Predator-Krieger. Auftragsmarker aktualisiert. Erlange Zugriff. Zutritt zum Predator-Tempel. Ich weiß auch genau wie. Nur gucke ich mich hier natürlich vorher nochmal um. Okay, hier ist jetzt schon mal nix. Ich dachte, vielleicht wäre hier noch was. Ich habe nämlich noch nie tatsächlich so wirklich nach Trophies gesucht auch. Aber naja. Ich muss nämlich hier hin. Beziehungsweise, ich glaube, genau. So, hier kann ich nämlich hin. Und hier ist auch eins. Hier kommen jetzt Aliens, oder? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall kann ich das hier aktivieren. Komme ich hier nicht rauf? Da komme ich hin. Da hinten ist was. Ah, Leben. Brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Aber... Ah ja. Immerhin. Leben ist ja im Grunde eigentlich immer gut. Außer... Es ist voll. Das hier könnten wir auch aktivieren. Aber... Hier drüben war ja auch noch was, oder? Ne, doch. Doch da. Haha. Wusste ich es doch. So. Zurück. Und jetzt machen wir nämlich... Mit dem letzten machen wir dann, glaube ich... Ja, genau. Hier. Da sind diese drei Markierungen. Und jetzt kommt die letzte. Und da sind auch schon die Aliens. Ich glaube, das sind zwei immer. Der ist tot. Hör mal, Freund. Und erledigt. Oh, da sind noch ein paar mehr. Aber ist gar nicht schlimm. Wir haben ja unsere Säge. Na, noch mehr hier. Die Bee-Bull. Scheinbar nicht. Dann rennen wir mal. Oh, da auch nicht. Komm zurück, Scheibe. Und töte die Aliens. Freund. Pass auf. Hör mal. Okay. Schade, ich wollte ihn greifen. Ist hier noch einer? Nein. Renn. Renn, Predator. Renn. Erlange Zutritt zum Predator. Holen Sie sich die alte Predator-Maske. Okay. Oh, ich erinnere mich hier dran. Das war voll scheiße. Genau deswegen. Hier ist man voll oft runtergefallen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. So, rauf. Ja, da komme ich nicht rauf. What? Wie ging denn das nochmal? Ich hüpfe mal hier hin. Dann hüpfe ich hier hin. Oder auch nicht. Scheiße. So, jetzt aber. Komm. So. Schnell. Oh Gott. Geschafft. Geil. Ist hier vielleicht noch eine Trophy? Nee. Aber die Kammer der Predator. Da. Die Maske der alten Predator, ja. Auge des Dämon. Hier können wir die Geschichte der Predator verfolgen. Allerdings muss ich mich hier natürlich auch noch umgucken. Aha, seht ihr? Wäre ich jetzt nicht noch hier rumgelaufen? Das sieht schon geil aus, muss man sagen. Ich finde generell, dass das Spiel voll geil aussieht. Jawohl. Und jetzt stehen wir hier an seiner Stelle. Gucken mal, können wir hier noch was machen? Nein, wir müssen nach da vorne gehen. Hier ist doch gar nichts. Ah, hier. Hier ist der Ausweg. Da sind überall Aliens. Und ich glaube... Ich täusche... Ich täusche mich nicht, wenn ich gerade denke, dass hier die Aliens auch ins Lauern... Abflug. Ja. Nein. Nicht da hüpfen, sondern da rüber. Hier muss ich hin. Da war nichts mehr. Na, komm ruhig hier runter. Made. Made. Und hier ist nichts. Wo muss ich denn hin? Ich kann hier wohl... Ah, da. Mehr Aliens. Wahrscheinlich. Da ist noch ein Trophy. Da hinter mir war ein Alien. Da ist er. Ach, du Mane. Dann machen wir jetzt erstmal das hier. Und ich will auf jeden Fall noch die Trophy haben. Ja, ja, Alien. Komm mal ab. Was schießt denn der auf mich? Das haben die vorher nie gemacht. Barm Junge. Was ihr könnt, kann ich schon lange. Moment. Äh, da ist eine Luke. Da kann ich runter. Aber ich möchte gerne erst hier rüber. Was liegt denn hier? Ein Laptop. Ach, guck mal. Der Professor. Trophy. Okay, hier ist nichts. Hä? Ich muss da unten hin. Hüpf. So, geh doch. Okay. Okay, okay, okay. Haben wir hier noch was? Was ist hier oben? Ist hier überhaupt was? Wollen wir mal. Ne, hier ist gar nichts. Nur eine Aussicht. Okay, dann. Ab nach unten. Und ich glaube, dann ist diese Mission auch abgeschlossen. Doch noch nicht. Okay. Schade. Ich dachte, ich hätte jetzt einen perfekten Cut. Habe ich aber leider nicht. Ich werde gleich eh erst mal rendern. Ich habe jetzt mittlerweile heute, ich glaube, sieben oder acht Videos aufgenommen. Ich habe fast das ganze Spiel durch. Na ja, nee, eigentlich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall die Alien-Kampagne fertig gemacht. Und die Predator-Kampagne kann ich ja mal so viel verraten. Die geht auch nicht viel länger als die Alien-Kampagne. Also von daher ist das jetzt nicht mehr so viel zu machen hier. Nein, nicht runterfallen. Ach, scheiße. Kann ich hier rauf? Nein. Hier kann ich auch nicht rauf. Doch. Wollte schon sagen. Wieso kann der denn nicht mehr da hinhüpfen? Trophäen? Da hinten ist was, aber... Ah, hier sind doch Aliens. Ach, was soll's. Hier oben ist doch eine Trophäe. Habe ich mir doch gedacht. Ha, du Made. Okay, hier ist aber noch einer gewesen. Hüpf runter. Muss ich hier... Ja, hier muss ich lang. Okay, hinter mir ist aber jetzt noch. Okay, mach dich unsichtbar. Ich habe überlebt gerade. What? Wo sehen Sie mich bitte? Toller Quatsch. Doch, ich hätte auch hier lang gehen können. Bäm, Junge. Kopf ab. Krass, das geht sogar. Hammer. Arme Sau. Hier müsste ja noch einer sein. Ha, den nehmen wir auch noch mit. Hier ist noch eine Trophäe und du bist leider tot. Wo ist er denn? Stinkendes Vieh, ey. Hier war da noch einer. Kannst du uns wagen, den großen Predator anzugreifen? Tzö. Hier müsste ich doch jetzt eigentlich... Hä? Ah, wir haben jetzt übrigens mit der Maske, haben wir jetzt eine neue Sicht bekommen. Und zwar haben wir jetzt die Sicht, um Aliens zu sehen. Ist natürlich auch recht geil. Kann ich da nicht hoch? Nö. Scheiß Aliens. So eine Plage, die Viecher. Das ist unglaublich. Da muss ich hin. Hüpf rauf. Und hier rauf. Und darauf. Und darauf. Perfekt. Dann müsste ich doch jetzt auch mal so langsam die Mission eigentlich beendet haben. Nee, Kontrollpunkt. Gut, dann mache ich jetzt aber hier einen Cut. Und melde mich einfach dann zurück, wenn ich wieder aufnehme. Bis dahin und haut rein. Für noch mehr Alien vs. Predator musst du nur aufs Video klicken und du kommst zu meiner Playlist. Bis dann. Bis dann. von confer.